Ja, hi, wunderschönen guten Tag, heutige Tagesinput, Mastermind, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, ich bin gerade auf dem Weg zu einer Mastermind und die nächste Mastermind startet im August, was ist eine Mastermind? Napoleon Hill hat das hier so schön dargestellt, Mastermind ist ein Treffen der klugen Köpfe, das heißt, wo Top-Leute zusammenkommen und neue Ideen erarbeiten, in dem Fall ist es das, was ich mache, eine geführte Mastermind, wir treffen uns einmal im Monat, wir treffen uns an den unterschiedlichsten Orten, wir haben noch immer wieder andere Referenten dabei, die so einen Impulsvortrag halten, mit ganz wichtigen, spannenden Themen, um die ganzen Leute von der Mastermind auf dem nächsthöheren Level hochzuheben. Das ist eine sehr, sehr wunderschöne Angelegenheit, schneller zu wachsen, voranzukommen, weil du kannst einfach nicht alles wissen und aus dem Grund ist eine Mastermind einfach das A und sich auszutauschen in einem fantastischen Netzwerk mit Menschen, die auf dem Weg sind, ganz nach oben, die gerne sehr, 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 sehr viel Erfolg haben wollen und die auch den nötigen Biss haben. Also wenn du sagst, wow, cool, so eine Mastermind, da wäre ich gerne dabei. Schick mir einfach eine PN und du bekommst den Bewerbungslink, da kann man sich nicht einfach nur einkaufen, da muss man sich bewerben, weil es ist wichtig, dass die einzelnen Leute der Mastermind-Gruppe auch zusammenpassen, um den bestmöglichsten und größten Effekt und Benefit zu erhalten. Ich freue mich sehr, von dir zu hören, wünsche dir einen super coolen Tag, alles Liebe, ciao, bye, bye.